ja hallo zusammen da bin ich wieder ja ich musste echt einen kleinen schnitt machen das ist jetzt wahrscheinlich auch schon die nächste folge also die komische aussehende aufnahme sage ich jetzt einfach mal so deckte sich mit 20 minuten also 23 minuten und ihr wisst ja ich mache immer part so von 15 bis 30 minuten also das passt schon was ja ich hab da boka stehen vergiss es jungen vergiss es kannst du vergessen ja voll und der kommt hier unten so auch reicht die energie sie reicht aber ganz knapp wenn sie einmal die energie treffen die dann diese nazis haus naja schauen wir mal da könnte ich ja eigentlich eine zweite waffenfabrik irgendwo hinbauen aber ich habe mir hier zugebaut leider das ist das problem wisst ihr was ich brauche wahrscheinlich noch eine ladung und dafür ist die zweite waffenfabrik dann von nöten da werde ich dann auch die fehlende synchronität in kauf nehmen genau und dann noch auf sehr gut sehr gut sehr gut ach ja freunde das ist schon was hier was machst du denn gerade mal durchatmen ich wollte gerade mal durchatmen und dann kommt er wieder mit so mist wie der geisterhaus hier warum fahrt ihr beide nach rechts das ja jetzt jetzt kommt da jetzt kommt dann ok ok ich muss mich langsam ich muss langsam angreifen ja oder was macht er ja da kommt natürlich scheiße warte mal behalten wir die artillerie hier das können auch die helis machen genau das können auch die helis machen ja natürlich ich habe keine kohle verdammt das macht den kaputt gemacht die kaputt bevor ich mich noch mehr im arsch macht so sehr geil ok ich habe hier irgendwie gerade keine kohle mehr warum habe ich keine kohle mehr was soll das fallschirmbomben auch noch die haben die treffen aber nicht das überrascht mich jetzt aber weil normalerweise treffen die fallschirmbomben des gegners immer die treffen immer da kommen manniken alles klar die manniken ja die sammler ja es gibt ja keine kohle mehr das ist das problem die müssen sich jetzt halt hier drauf fokussieren und die werden wahrscheinlich jetzt gleich angegriffen ne die werden in ruhe gelassen ok gut dann ist das hier mal team 1 jetzt und wie können wir den mammutpanzer da plan machen so stattdessen oh die waren auf ein tech zentrum warum wollen die alle auf ein tech zentrum nein 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 alein nein 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 da haben wir das echt gekriegt ernsthaft noch dreister kannst ja wohl echt nicht sein halte ja dann kommen wieder hier rein den muss ich gleich auch reparierung und ich habe jedoch keine kohle verdammt. Ja, super. Jetzt kann ich mir erstmal ein neues Tech-Zentrum bauen. Und erstmal abwarten. Super toll, ey. Wirklich. Also müssen hier unten noch eine Reihe von Bunkern hin. Alles klar. Gut. Super. Das bremst mich jetzt schon wieder ein bisschen aus, ey. Mann, 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 Mann. Wir haben die das echt gekriegt hier unten. Das ist doch unfassbar, ey. Wirklich, wirklich unfassbar. Mann, das muss doch nicht sein. So eine Kack. Ja, gut. Da kann ich dann aber ein bisschen Platz lassen für die... Was? Äh, was? Ah, okay. Ich wollte schon sagen. Da kann ich dann aber ein bisschen Platz lassen jetzt für die zweite Waffenfabrik. Genau. Und bis der Satellit jetzt immer fertig ist, dauert das noch eine Weile. Ja, super. Aber egal. Äh, dafür kann ich mich jetzt hier unten verteidigen und ich kann hier ein bisschen aufrüsten. Team 1, ja. Und die können mal reparieren und fahren. Ah, da ist gerade der hier drauf. Okay. Die können dann mal reparieren. Ich wollte gerade angreifen und dann kommt so eine Scheiße. Ja, pff. Typisch C&C, ey. Ohne Scheiß. Typisch C&C. Und hier die Raffinerien sind extrem scheiße platziert. Ja, der kriegt hier, komm. Ja, sehr schön. Ja, geil. Der konnte noch nicht mal schießen. So muss das doch aussehen. So, zack. Nix mehr hier mit Tech-Zentrum zu zerstören. Vergisset. So. Die ganzen Artillerien sind jetzt natürlich alle halb im Arsch. Alter. Nervt doch nicht. Mit deinem blöden Mix, ey. Mann, 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 Mann. Der ist auch noch beschädigt. Nervt doch nicht. Gut. Ähm, soll ich hier... Oder ich baue hier ne... Ne Dings hin, hä? Leute, ihr sollt doch nicht ans andere Kartenende fahren. Ihr sollt da hinfahren. Ja. Die sind fertig, alles klar. Was zur Hölle? Oh. Mann, das kann doch echt nicht wahr sein jetzt. Ja, dann... Keine Ahnung, fahrt da drüber oder so. Dann fahrt die platt, komm. Ja, die können nicht immer ausweichen. So. Alter. Die kriegen echt meinen Sammler platt, ne? So. Äh. Nein! Nein! Oh, Penner! Die kriegen echt meinen Sammler im Arsch. Das ist doch unfassbar. Ja, einer ist weg, okay. Diese scheiß Grenadiere immer. Das ist erstmal okay. Den kann ich auch gleich nachbauen. So. Ja, noch mit Flugzeugen. Alter Schwede, ey. Ich hab doch so ne Sammlernot hier. Ah, beziehungsweise Geldnot, so. Äh. Mann, kommt in die Bunker. So, weg damit. Kaum im Bunker und schon, äh, sterben die. Ja, das ist... Ja. Ja, das passt schon so. Genau. Okay. Gut. Die sind repariert. Nein, die sind nicht repariert. Oh, Mann. Okay. Egal. Dann heißt es gleich erstmal Sammler nachbauen, ne? Ja. Wenn's denn reicht von der Kohle her. Das bezweifle ich. Podom, podom. Ah, schaffst du nicht. Weg damit. Ah, ich wusste es. Scheiße. Kleines Kraftwerk. Oh, Mann. Und ich hab keine Kohle mehr. Mann, das ist doch so ärgerlich, ey. Aber ich mein, sind die beiden schon mal voll. Das ist schon mal gut. Ich seh natürlich jetzt komplett gar nix, ne? Ist klar. Alter. Oh, was? Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Oh, Mann. Ich kann mir nicht noch einen Sammler leisten. Alter. Alter, Falter. Oh. Das kann ich mir nicht leisten. Hau ab. Hau ab, ey. Oh, Gott. Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Alter Schwede. Hör bloß auf, ey. Hör doch bloß auf. So. Mach die... So. Okay. Mach den Raketenwerfer. So. So, das schafft ihr hier wohl, oder? Meine Verteidigung ist gar nicht mal schlecht aufgestellt hier. Da ist ein Turm schon wieder weg. Mach den Raketenwerfer. Mach den Raketenwerfer weg. Mach das weg. Nein. Doch. Okay, sehr gut. Ah, der zum Glück, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank ist die Rakete jetzt gestartet. Geschützturm nachbauen. Ich hab mein Geld. Ey, das nervt jetzt aber wirklich. Ich glaub, ich zieh Team 1 zurück hierhin. Das reicht jetzt langsam wirklich, ey. Die Person ist schon wieder mein Tech... Alter! Das kann... Ey! Das kann jetzt wirklich nicht sein. Ey, was für ein Penner. Was für ein Penner. So, dann macht ihr jetzt mal den Drecksmammutpanzer platt. Und hab ich da eben echt gehört, wie... Was zur Hölle? Das kann ja jetzt echt nicht wahr sein. Mann, ey, die Kohle reicht nicht. Kann ich jetzt nochmal ein neues bauen? Die scheiß Kohle reicht dafür. So, jetzt... Wisst ihr was? Ich mach jetzt hier die Kacke erstmal im Arsch. Ich hol mir jetzt erstmal die Kohle aus der Kirche da oben. Weil die brauch ich, um... Neues Tech-Zentrum zu bauen. Meine Güte! Wo ist die scheiß Kirche, ey? Ich hol mir jetzt die Kohle da drin. Ich spiel viel zu defensiv manchmal, ey. Irgendwie hab ich das Gefühl. So, hol die Kohle. So. Nichts mehr unzureichende Finanzmittel. Das ist eine Scheiße, ey, wirklich. Gut, dann muss ich mich... Ja! Die machen natürlich gar nichts, ist klar. Na, dein scheiß Hund platt. So. Okay. Dann können die mal die Sammler beschützen hier. Alles klar. Dann muss ich doch erstmal links rein. Und dafür reicht der Angriff nicht aus. Definitiv nicht. Definitiv nein. So. Da kommt der nächste Scheiß-Schwall. Mann, ey. Den mit seinen Spawnern hier. Mensch. Noch ein Mammut. Jawohl. Muss er natürlich auch sein. Alter, ist das krass. Ist das krass hier. So. Ihr bewacht jetzt mal die Gegend. Heißt, war das G? Mit, äh, bewachen? Kann das sein? Oh, schon fertig. Schon fertig. Alles klar. So, dann zack. Rein damit. Ach, Mann. So. Mach mal sauber hier. Was? Oh, meine Verteidigung. Ja, natürlich. Turm nachbauen. Macht ihr mal das hier im Arsch. Weg damit. Alles klar. Die Hubschrauber machen. War das Gebäude da im Arsch. So. Dann stellt euch mal da hin und bewacht den Sammler. War das mit G? Tatsächlich. Das geht mit G. Okay. Okay. Krass. Also, ein Manneken von den Zivilisten. Gott. So. Das muss doch jetzt wirklich mal reichen. Jetzt muss ich halt warten, bis der Kacksatellit wieder fertig ist. Und das kann dauern. Ja gut, aber währenddessen kann ich hier mal theoretisch, äh, Panzer bauen. Die laufen jetzt doppelt so schnell vom Stapel. Die können wir reparieren, genau. Und, ja, genau. Würde ich sagen. Weiterer Panzer. Nein, kein weiterer Panzer, weil... Ich muss die erstmal reparieren. Oh Gott, der auch. Der auch, ey. Ich glaube, die 500 reichen sogar, um alle drei zu reparieren. Das ist so krass billig hier. Wirklich. So. Dann repariert mal. Ah, könnte... Ah, nee, könnte knapp. Ernsthaft? Alter. Was haben die... Was haben die Manneken dir getan? Ein bisschen, äh, hier... Keine Ahnung. Die haben dir nichts getan, die Manneken. Mensch. Ah, da kommt eine nächste Schwall. Haha, ich hab hier Artillerien stehen. Weg damit! Zack! Geil, weg damit, ja! Sehr nice, Alter. Richtig nice. Und der hat's auch nicht... Alter! Alter! Okay. Ich muss hier noch mehr mit Flaks absichern irgendwie, ey. Ja gut. Dann bau halt noch einen Flak. Alter, mach die... Mach die Kacke da weg! Mann. Ich komm hier irgendwie nicht wirklich zum Angreifen. Es tut mir leid. Ich komm hier nicht zum Angreifen. Alter Schwede. Mach die da hin. Energieniveau kritisch. Ne, passt schon. Okay, geil. So, mach den weg. Komm. Mach den Kacke weg. Der wollte nämlich da wieder einen eisernen Vorhang. Sehr geil. Sehr schön gemacht. Eiserne Vorhang setzen, ja. Wollte ich gerade sagen. So. Und dann baust du mal noch einmal eine Artillerie für mich bitte. So, weg damit. Ich hab hier zwei Flaks stehen, ja. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's echt nicht. Ah. Mensch. Oh, der Sammler! Der Sammler! Moment mal, ich greif den mal an. Ja, danke. Jetzt kommt er nämlich mit allem Scheiß, was er hat hier. Dann kann er mal ein bisschen, kann er mal ein bisschen ausbluten. Ja, jetzt kommt er. Er kommt. Alter, schaut euch das mal an. Jede Menge Manneken. Ja gut, aber Manneken hab ich ja Artillerie für. Das ist ja nicht, äh, das ist ja nichts wildes Manneken. Ja, weg damit. Und den Panzer weg. Jawohl. Sehr schön. Und den Sammler weg, damit er jetzt erstmal ausbluten kann. Ja. Damit du auch mal einen verlierst. Du hast mir schon zwei weggenommen. Zwei oder einen? Zwei, glaub ich sogar, ja. Ja gut, dann. Mach doch die Scheiß-Manneken platt. Was habt ihr da so für Probleme mit? Ich hab doch... Alter! Alter! Was macht der? Fahr doch nicht in die Tesla-Spule rein, Mann. Wie blöd muss man sein? So, jetzt seh ich immerhin mal wieder endlich mal etwas. Watt mal. Ne, die kosten nur 100 weniger. Ne, das lohnt sich nicht. So, okay. Jetzt haben wir hier zumindest erstmal... Alter! Zwei mal hohen Panzer wieder. Ne, okay. Alter Schwede. So, jetzt verlierst du auch mal einen Sammler-Kollege. So. Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. So, da kommt wieder was angeschissen. Aber hey! Ich hab den echt deutlich geschwächt. Das muss man ja schon mal sagen. So, der Hund. Na ja, keine Ahnung. Ich brauch eigentlich noch mehr Artillerie, ne? Ja, da hab ich auch wieder was stehen. Oh, Junge, Junge. So, ich guck noch mal. Ja, passt. Sehr schön. Alles klar. Korrekt. Weißt du was? Bauartillerien. Ich brauch noch drei Artillerien oder so. Ja. So, okay. Dann würde ich sagen, haben wir es gleich, äh, geschafft. Also mit dem Angriff. Mit der Sammlung für den Angriff. Und die Hubschrauber. Hm, dann... Hier! Ja, die kannst du dich mal hier drum kümmern. Genau, das ist doch ein gutes Ziel für die. So. Genau. Und nicht in die Flak rein. Um Gottes Willen. Nein! Oh, weg da. Aber Moment, die kann ich ja platt machen, oder? Die kann ich ja platt machen, genau. Macht die mal platt. Das schafft ihr, bevor die einen von euch im Arsch macht. Genau, sehr schön. Und dann noch am besten noch die Testerspule hier. Wunderbar. Das ist doch geil. Das ist doch mal richtig nice jetzt. Oh, das ist gut. Das ist gut, ey. Tesla-Spulen weg. Diese blöden Spawner-Mix, ey. So. Alter, viele. Viele geschwächt. Viele geschwächt. Egal. Bring die mal heim. Dann nutze ich den Rest der Kohle jetzt, um die zu reparieren. Alter Schwede. Einmanneken. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. So, die Hubschrauber. Können sich doch mal um den Mammut packen. Ah, ne, der kommt gerade. Jetzt kommt der natürlich. Genau dann, wenn ich anweichen will, ey. Ist klar. Ja, natürlich. Und der schießt direkt auf meine Artillerie, ey. Mann, 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 Mann. Was ist das für ein Penner? So. Gut. Einer ist weg. Das wollte ich zwar eigentlich erst später machen, wenn ich volle Kraft habe. Aber ist egal. Komm. So, dann mache ich es halt nicht mit voller Kraft. Dann stellt ihr euch erst mal dahin. Diese scheiß Flugzeuge von dem, ey. Weg damit. So. Und dann könnt ihr mal da drüber fahren. Genau. Sehr schön. Ja, ich weiß. Ich weiß, Finanzknappheit ist hier gegeben, ey. So, bevor du dir jetzt hier die letzten Ressourcen klaust, mache ich hier deinen Sammelplatz. Ja. Der holt jetzt alles raus. Und die Artillerie kann auf die Manneken schießen, bitte. Ja, geil. Das war doch mal nice. Das war doch mal richtig nice jetzt. Alter, wie viele Sammler hat denn der, ey? Mensch. Wie viele Sammler der hat. Das ist einfach krass. Wie viele Sammler der hat. So, Artillerie kümmert sich immer um die Manneken. Nur auch da oben drum. Sehr gut. Sehr gut. So, damit der auch mal was verliert hier. Nur Kampfpanzer. Alter, der hat der Manneken, ey. Oh. Ja! Ernsthaft. Oh Mann, oh Mann. Okay, gut. Das ist zur Hölle. Ah, hier. Okay. Keine Kohle mehr so richtig, ne? Und der kriegt aber immer noch Kohle da oben. Aber das ist egal. Ah, ich hab hier noch einen Verstärkungstrupp. Sehr schön. Und hier noch ein Panzer. Geil. Okay, das ist, das ist gut. Das ist gut. Soll er mal mit seinem Scheiß-Sammler hier hinkommen? Dann ist er weg. Ja, Kampfpanzer. Sehr gut. Ah, da draußen hofft wieder irgendeiner. Keine Ahnung, was der wieder will. So, ich guck noch mal gerade. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte speichern. Ja. Speichern. Sehr schön. Und noch mal gucken. Ja, weil manchmal bricht ja halt die Aufnahme ab beim Speichern. Was ist das? Bomben! Alter! Ja, okay. Ja, okay. Für einen Manneken ist es. Das ist okay. Damit kann ich leben. So. Alles klar. Dann noch mal ein paar Artillerien. So, Panzer habe ich jetzt hier oben echt genug, ey. Gar nicht mal so viele. Fünf Panzer irgendwie. Aha! So, weg mit dem. Weg mit dem! So. Ups, Entschuldigung. Ich bin gegen mein Headset gekommen. Weg mit dem Sammler. So, jetzt kannst du ausbluten. Jetzt hast du nichts mehr. Junge. So. Die Hubschrauber. Kümmert sich mal um diese Flak. Damit die gleich ihre Ruhe haben, wenn ich angreife. Jo. Alter Schwede. Ja, natürlich. So. Sehr gut. Und die Tesla-Spule wegmachen. Komm. Und weg mit der Tesla-Spule. Und? Ja, er verkauft sie. Geil. Okay. Es wird 3, 4, 5. Oh, Mann. Das wird teuer, ey. Hubschrauber zu bauen. Na ja, gut. Artillerie. Ich würde sagen, danach greife ich an. Weil der hat jetzt echt wirklich... Ich mache dem jetzt nach und nach die Tesla-Spulen platt. Und dann hat er nicht mehr viel. Und vor allem das hier. Das ist wichtig, ey. Nicht, dass der eine Atomrakete schmeißt. Das wäre mein Tod, ey. Weil ich habe echt bei einem anderen Let's Play, habe ich gesehen, wie der hier eine Atombombe rausgeschmissen hat. Und das ist richtig mies. Ja, Flak ist egal. Mach das Ding im Arsch. Mach das... Ja! Geil. Okay. Gut. Dann noch die Tesla-Spule. Jetzt kann er... Aha. Jetzt kann er nämlich keine Atombombe mehr schmeißen, ey. Was soll das? Ah, da ist doch eine Flak... Ah, nicht gesehen, ey. Ja, nicht gesehen. Shit.